Yo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal, heute mache ich neue diese Woche Aufträge, Woche 6, Nummer 7 und der letzte und zwar verdiene EP, also XP in Erlebnissen von Kreators. 50.000 XP müssen wir, also was bedeutet das? Also hier könnt ihr euer Spielmodus ja ändern und ihr seht hier, hier, die ganze Zeit Maps, überall, Kreativ Maps, überall Leute. Und hier oben müssen wir, was machen wir einfach? Ihr könnt egal welchen Spielmodus, also einen Kreativmodus spielen und in den Kreativmodus müsst ihr 50.000 XP erhalten. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr den Auftrag auch easy abgeschlossen, Leute. Und ja Leute, ich hoffe das Video hat euch kurz gefallen. Lasst gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal, dass ihr glaubt, dass kein Video mehr verpasst. Da würde ich euch sagen, war schon mit dem Video und ciao, haut rein bis nächstes Mal Leute. Tschüss. 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 Musik eben